äh was äh top 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 haha bonus punkte pacman pro man ich nehme das zurück ist die Uhr irgendwie schief ja das würde ich auch so sagen wo ist das nächste Pokécenter ich krieg langsam einen inneren Hass gegen Tentachas oh mein Gott um meine scheiß Pokémon zu vergiften kleinstein ist fast tot super trank als kleinstein es ist schon alles vergiftet du kannst keinen Schaden mehr anrichten du scheiß Vieh geh doch weg ein dünner Schock noch ein Trainer nein danke ich habe einen ganz inaugurierten Plan ich flüchte jetzt einfach vor den Viechern scheiß Tentachas Animal Crossing Doom nice ich bin jetzt unter den Tentachas wie lange ist diese Route nein ich will nicht gegen Tentachas kämpfen von der Scheiße oh Sibler City oh Pokécenter Pokécenter ist das das Pokémon Center ne das ist ein Shop mal sehen dann noch mal ziehen und hier ein Spritzer Öl äh was gar nicht bemerkt dass du reingekommen bist ich bin Professor Por Pokécenter sind rot ja mein Fehler sag mal dann kennst du schon die Höhle ganz im Westen dieser Stadt man kann dort viele Einschlagskrater von Meteoriten finden was sehr merkwürdig ist ich meine wie können Meteoriten in eine Höhle einschlagen da darüber da drüber sind schließlich 10 Meter massiver Fels das hier ist eine Zeitkapsel die ich gebaut habe ich will damit in Vergangenheit reisen um zu sehen was da mit der Höhle passiert ist ich brauche allerdings noch einen speziellen Meteoriten aus der Höhle würdest du so nett würdest du so nett sein und für mich den den Meteoriten Hallen suchen ok äh weiter ah meine Pokémon sterben ja ja hi sie ich bin ein Genie ich habe nämlich gerade die erste Solartaschnuppe erfunden wow was für eine neue Religion meine Bescheidenheit ist nur ist die Krönung meines perfekten Charakters oh sie ist so bescheiden gehen wir in irgendwelche Fremdenhäuser ach mein Kind schön dass du wieder da bist wir stünde sofort aus meinem Haus du ungezogenes Kind ups also ihre telepathischen Fähigkeiten sind miserabel ich habe doch an gar keine Beleidigung gedacht gestern stand ich echt am Abgrund aber heute bin ich schon einen Schritt weiter das ist das schön zu hören für ihn bevor ich ordnen soll wie soll ich erstmal zum E.O.Pokémon zurückholen ja in his new religion achso wo früher meine Leber war ist heute eine Minibar nice der hat sein Leben genossen würde ich sagen ich liebe Menschen nur Leute kann ich nicht ausstehen oh das ist schade das ist die Höhle okay ist echt mühsam sich um so viele Bäume zu kümmern ich wünschte nur es wären Obstbäume damit ich etwas von der ganzen Pflege habe tja sad bro da ist der Einkaufsmann ha endlich habe ich mal einen Camper erwischt ah nein ich werde nicht gegen dich kämpfen ich kann das nämlich nicht ohne zu kämpfen schwach willkommen oh ja normale Tränke sind billig dafür brauche ich auch ein paar für meine Massenheilung Gegengift ja gib mir scheiß Gegengift ich nehme eine Million davon fucking scheiß Tachas mit dem schon gelabert unser Forschungslabor ist sehr bekannt musst du es dir mal ansehen das saß hier ja da war ich schon drinnen nachher uh Pokéball komm ich da hin was meinst du warum es am günstigsten ist ja damit es sich lohnt und man eine Million von mitnimmt ich gebe das Item super Bolt nice ah da wollte ich nicht rein ok dann werden wir mal zum Höhlenforscher wo war meteorenhalle nach unten ist bestimmt der richtige Weg ach da kann ich gar nicht lang boink aha keine lästigen Zuwärts hey oh ah da hätte ich weiter gemusst ok nicht aufgepasst ich wurde getrollt so jetzt äh da lang ok ok aha sonderbonbon sonderbonbon so sollte ich eigentlich meinen Pokémon und Sonderbonbon zu die Hand geben für den Duplication Trick meteori das ist der Shit den ich brauche wer hat diesen Stein in einen Pokéball gepresst reife Leistung das ist freundlich ich habe wozu ich hergekommen bin dennoch will ich diesen Raum hier noch erforschen wie schön das Leben ist ohne Pokémon im Höhlen auch das war der Ausgang ok alte Villa? ne verfluchte Villa Kunterbund let's go äh zwürlicht das will ich haben los Zubat äh Blutsauger ah ok das ist nicht so gut aua da holen wir mal ein Meryl ganz klar raus Aquaknarre oh nein wie wie ein Zelda Gott macht das alles wirklich Schaden Meryl du bist entlassen Schneepiker Schneepiker du bist dran Schneepiker du bist dran Schneepiker du bist dran achso warte das ist erstmal ein sechstes Pokémon passt um alle hier mit normalen Tränken zu bomben aber ee ee Hör WHEN Hör Spreche Sä tengter so ich liebe pokémon normen sonderpunkte easy ok sind die mich ein verkackt muss jetzt schaffen glücksspiel nein nein muss der geist schneller als ich was so die bleiben alle weg das ja praktisch ein schuppet den will ich auch haben der ist 17 was zum fick wo ist schneepiker zeig was du kannst jetzt warte ein habschlacht okay eissturm fluch was macht nein ich wird verflucht groß ah der ist jetzt in der box ich schaffe das kürzlich immer pacman als beispiel für brotkuchen fressen achso ok interessant hier oben rechts ist frei ha ha bonus punkte pacman pro mann ich nehme das zurück waka 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 der kämpft das ding ok Easy Finish it Yeah Huch, was ist denn? Hier liegen 1000 Dollar War das alles in der Villa? Tatsache Nein, danke, Schuppelt Bye, bye Krass Noch ein Zwirrlicht Und ich habe ihn auch schon Dann kommt gleich Meryl auf Oh, die schättert auf So Schönes Zwirrlicht gefangen Kannst du links weiter? Ich kann links weiter Wo kann ich hier links? Ach, da Noch ein Sonder-Bong-Bong Eigentlich geben die ja schon gut XP, ne? Oh, oh, juck Komm, Schillock Mach ihn platt Mach den Jungen fennig Ne, Turbodrehler war Trash Oh, bis Ne, Turbodrehler war Trash Oh, das macht ganz schön viel Staden Ups Oh nein, der ist nicht gut gegen Geist-Attacke Hier, du schaffst das bestimmt Du benutzt einfach Lachnebel Das ist ja super Ja, super Haha So, jetzt renne ich einfach weg Flucht Flucht Boah Nur ein scheiß Grasfleck Ja, dann f-f-fuck you, okay? Du willst es so haben Okay, ist nicht so effektiv Töckel Oh, ich verstehe Weil es ein Geist ist Oh, Schneepika Wiederaufbau Der Wiederaufbau Der beginnt Oh, kann ich denn vor dem Mistchen nicht wegrennen, Alter? So, die Pokémon leere Höhle Oh Und wieder